Also, wir fragen nicht mehr, der hierher. Schlafen kann man nicht, weil die Sonne zum Fenster reinscheint. Und wenn man wach wird, ist kein warmes Wasser da. Die Schuhe sind nicht da und das Frühstück ist nicht da. Man wundert sich direkt, dass der See noch da ist. Ich wünsche einen sonnigen, wonnigen Morgen allerseits. Wie geht's Ihrem Kreuz? Fernruf in die Schweiz. Mit allen Kräften Ihnen zu dienen ist unser ABC. Weil jeder Gast ein König ist bei uns am Königssee. Madame sind schlechter Laune, ich staune und rate Ihnen schlicht. Ärgern Sie sich nicht, weil das Herz mir bricht. Es würde mich schon kränken, zu denken, es wär was nicht okay. Weil jeder Gast ein König ist bei uns am Königssee. Da kenn ich weder Ruh noch Rast für seine Majestät den Sommergast. Und warum tut der Rücken vom Bücken uns jeden Abend weh? Weil jeder Gast ein König ist bei uns am Königssee. Da wären für Herrn Mayer die Eier und hier die Konsumee. Einmal Milchkaffee, zweimal Tee Komplet. Wir lassen unser Denken nur lenken allein von der Idee, dass jeder Gast ein König ist bei uns am Königssee. Sie müssen nur befehlen, dann stehlen wir Ihnen jeden Stern. Aber bitte gern, Ihr Gespräch mit Bern. Das Wetter bleibt auch weiter so heiter, es kommt bestimmt kein Schnee. Weil jeder Gast ein König ist bei uns am Königssee. Da kenn ich weder Ruh noch Rast für seine Majestät den Sommergast. Und nach den Urlaubstagen, dann sagen Sie ungern nur Adieu. Weil jeder Gast ein König ist bei uns am Königssee.